so und heute sind wir zu fünft mit gottes richtigen haben nicht mehr zusammen wiebe hat hier die atropos und schon richtig da war so ein kleiner kriechende tschuldigung ich habe so und das machen wir jetzt also wir suchen die marie bluten erstmal noch kurz und dann suchen wir die man halt ich habe gehört und bringt vielleicht noch damals in der stadt weil nicht so viele ins auto passen okay mit der achse du hast können wir schon bäume fällen hat schon alles zusammen ich habe gerade so ein bisschen das gesicht alles so lange die 1 geht es ja doch da steht das auto alles gut alles noch da gut ich bin nämlich in letzter zeit ein bisschen vorsichtig geworden ich hatte einmal alien aufgenommen bin gut durchgekommen hinter dir und habe dann festgestellt verdammt er gar nicht aufgenommen so ein ärger durfte ich noch mal von vorne anfangen ach guck mal hier liegen die vom letzten mal noch oder war das von ihnen das sind neue ich habe mit drogen wäre genommen aber ich habe nichts anderes gehabt heute wollte es das mal ausprobieren ja ich wusste eigentlich dass irgendwas blödes passiert aber ich weiß was du meinst ich weiß noch verdammt scheiße ich verhungere gleich nein bitte nicht warte ich schaue gleich ob wir noch was ich habe schon 100 prozent dann vermust du wirklich jetzt direkt ich habe nur bären egal ich nehme alles und tot leider schon zu spät ich musste aber das ist also das mit den 100 prozent okay ja wir hatten dann später halten und konnten und so immer gut halten gut ja wir versuchen mal hier dein zeug wird ja noch da liegen ja da muss ich darauf achten jetzt natürlich bin ich wieder am golfplatz am leuchtturm wo sonst aber warte mal da müsste ich den weg ja eigentlich noch kennen zum zum militär camp oder da schau mal ist das ärgerlich was liegt denn hier pfeile gut die kann ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen da steht ein zombie oder ja das ist jetzt blöd gelaufen vielleicht findet ihr euch ja vorher schon ich fände es besser wenn es umgekehrt wäre wenn quasi dieser ball walten von 100 prozent immer zurückgehen würde das macht für mich irgendwie mehr sinn verstehst du meine lebst du noch marie ja ich lebe noch ich habe schnell eine beere gegessen weil ich platz im mittag gebraucht habe ich habe schwer jetzt alles gut und und dann war langweilig anders ich brauche mal was besser dann anzuziehen ich habe auch irgendwelche gewehren und ich bring mir nichts und ich finde keinen rucksack so ich bin jetzt gleich da an diesen beiden weil ich immer noch nicht weiß wie das geht mit der munition ja der sammler weiß ungefähr was wo reinkommt also was hast du denn für eine warte äh so eine schwarze mit so einem zielfernrohr heißt die nur ich kann ich kann nicht reingucken ins inventar weil ich ja keinen rucksack habe irgendwie ich weiß nicht was doch mit tap war das ja ich habe auch gerade schon i gedrückt maple strike eine maple strike die nimmt glaube ich nato munition so military ich habe vielleicht davon wir müssten uns auch bald mal was zu essen ja ich bin bei 77 ja ich bin nämlich gerade gestorben also fahren wir am besten mal in die nächste stadt und schatz du kommst dann und wir lassen das zeug vom frank hier aber ich weiß nicht wie viel wir überhaupt mitnehmen können zwei rohsteaks die wir nennen oder warte ich nehme mal den rohsteaks hast du mal Achtung hinter dir läuft ein Loch und zwei zombies ja ne übergebe sie dir mal ich habe cola aber hört euch das einmal an wenn jemand schwimmt ein zombie das hört sich original so an als wenn jemand mit dem tretboot fährt also wenn die mittlerweile schwimmen die zombies ne das so gut nicht aber ja ich habe dreimal hohes fleisch aber wir haben keine axt um ähm doch doch wir brauchen sticks und stones wir müssen einen baum fällen du hast eine säge genau dann fällen den baum ne mit der säge geht das nicht ja wir fällen den baum machen aus den locksticks und äh stones bräuchten wir aber noch aber ich nehme mal von frank hier den bogen und die feile und versuche dahinten das war sowieso deins das hatte ich ja von deiner leiche damals gelootet ah cool wir haben keine äh steine aber sie hat auch eine pickaxe ne ja dann ist das gut ich hab äh explosive aber ich weiß nicht was sind die gut da kann man äh sachen draus klaften ähm beispiel ne ähm engelskirchen ja äh mutter aller äh ne moab ähm mother of all bombs wohl ne sehr krasse tretmine ah ok warte mal was du ist ähm und hunger gehen die nach oben oder nach unten nach oben sie leider also wenn du hundert prozent hunger hast ist zu spät ah ok gut weil ich habe jetzt bin grad erschrocken dass ich sagte ja ich finde sinnvoller wenn es umgekehrt wäre da bin ich irgendwie so ein bisschen daisy verwöhnt weil da heißt lehrer tropfen halt weil da heißt lehrer tropfen fahr ich mit hunger aus ah jetzt hab ich keinen mehr 69 deswegen ich bin jetzt schon bei 82 das tier da oben töten oh jetzt wirds dunkel und ich bin leider in der stadt in der großen oh no ja toll und ich soll im dunkeln jetzt zum armeekämpfen das schaffen doch nie wer hinten ist die stadt ich hab leider das reden ich bin jetzt hier auch an einer Stadt wir brauchen nur steine und holz ok ihr seid schon dabei so holz habe ich jetzt schon aber hier gab es irgendwie kein äh essen doch okay ich glaub darum ist ein stein du hast ja ein zombie ist hier irgendwas nö hier ist nischt soo da vorne ist noch ein krabbelnder zombie nichts nichts oh der ist ja schon tot hier interessant die spawnen hier gar nicht ach bist du in meiner Stadt oder was ich weiß nicht ich bin in einer Stadt sind grüne bären in Ordnung ich sehe da hinten jemanden laufen bist du das naja das bin ich dann ich hab ganz viele zombies getötet wenn sie nackt ist oder hast du schon was an ich hab ein poncho ja das bin ich das bin ich ich bin das nicht 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 wehtun ja du siehst ja ihr könnt euch glaub ich nicht wehtun ich weiß nicht ob ich das ausgestellt habe oder nicht ahja ok ja meiner ist gefährlich ich glaub ich mal die magie oder den einen von euch hab ich aus Versehen letzt getötet ne beim zombies hauen was ist hier friendly fire alles nein das ist aus eigentlich nicht also in der in dem in dem spiel ich hab batterien gefunden ach das ist der ok wie kann ich das ablegen was denn ähm wenn du ins menü gehst und dann ähm das anklickst und auf drop gehst und mit rechter maustaste kannst du es im menü umlegen wenn das was bringt aber da ist ja keine munition drin äh ne bringt mir jetzt nichts dann soll ich die steine nehmen oder nein ähm du sollst aus holz sticks machen nimm doch ruhig die knarre mit oder nicht kannst du die nicht einpacken ja ich hab halt auch nur ja ich kann sie mitnehmen ist mir egal aber wohin äh ich pack sie ein ich hab 6 ah du hast sie schon eingepackt ok ah ok ähm ich glaube zum armeecamp gehts wollen wir dann oben auf dem hügel das feuer machen glaub ich hauptsache ich bin bei 87 jetzt stimmt ok dann schnell hier oben was ist mit den steinen soll ich die mitnehmen ich hab schon aber du kannst auch welche mitnehmen ich kann nicht mehr nehmen er sagt mir ich kann es nicht aufheben ok was macht das eben ich kann es nicht aufheben ja das ist ein bisschen mannheimer dialekt glaube ich ja ja ich bin da aber auch nicht ganz sicher ist das ein zombie oder ist das weiße blume ich kann das nicht erkennen äh sieht nach zombie aus kochzombie ja das ist ein kochzombie in griechenberg machen platt zack zack stöcke oder nicht ja ja weil ständig meine leute stöckerl oder sowas stöckerl oder stöckerl oder stöckerl ok das feuer ah was war da los zombie zombie von hinten das klang nur lustig ja so dann ähm lass ich mal hier kurz mein nato magazin fallen soll ich jetzt einfach die stöcke nehmen hast du gesehen das war schon hast du steine ja ich hab keinen platz gerade mehr dafür warte ich lass das fallen